Farben Die Expressionisten sahen sie als Spiegel der Seele. Wie aber klingen Farben? Zwei professionelle Musiker schaffen es in ungewöhnlicher Instrumentierung, den Farben in Interaktion mit dem Publikum Gestalt zu verleihen. Und das ohne Noten. Intuitiv gespielt. Claudia Tesorino und Armin Thalheim malen in acht verschiedenen Improvisationen Klangbilder mit Saxophon und Orgel. Musik Von Höhen und Tieten, Schmerz und Freude erzählt dieses musikalische Event, das in dieser Form noch nie zu sehen war. Musik Freuen Sie sich auf Farben. Ein Konzert für Saxophon und Orgel. Jetzt online. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020